Ja gut, alles klar. Dann 3, 2, 1, go. Wird hier irgendwas Neues aussitzt, oder ganz normal? Nö, ganz normal. Wir hatten das mal einmal kurz getestet hier am Anfang, da mit hier, okay. Ähm, gleich müssen. Jo. Der pinke Wagen hat noch 2 Schuss. Ja, danke. Wo ist der rote Wagen? War der schon weg? Ja, da hab ich schon weg genug. Hier rechts ist noch ein roter hinter uns. Ja, hinter uns. Ähm. Ja, wenn ich rechts die Tür aufmache, dann krieg ich den Wagen noch so. Oh... Oh... Surely Oh... sehr schön ist bei der karte das lebt die kann er zu laden ein bisschen spiel dran bleiben das draußen alle geblendet jetzt hier wussten wieder wissen wir haben es ja auch ja So nein, du bist zu schnell. Ich hab die Firefly nicht mal ready gehabt, ja. Einer links, einer rechts. Mach mal rechts, mach die linken. Ja. Oh, da. Ladex fährt Solo, die. Mach mir weit, gell? Die Selekt rum und jetzt noch. Vergesst. Wo ist die? Ah, hier, ok. Habste. Und jetzt kommt. Ja. Ich geh auf den rechten. Ich geh da wieder fest. Komm da. Ich kauere Punkte. Ich erzähle mich noch, auf die Zebel. Ich habe dann auch keine Chance dafür shoel które hier einbringen. Ich bin einfach nicht imit прот, ich habe Angst, wie sie auch einfach geschaut. Ja. Macht direkt auf. Danke. Ich halte mir ein bisschen Krabbelpuder ein. Ich mache den roten, ich mache den roten, geh auf den dicken, geh auf den dicken. Es gibt genug Spezialmonü gleich für die dicken. Wollen mich alle draußen. alles geblendet firefly alter 18 sekunden cool ich weiß nicht was keine ahnung gar nicht der laufe einfach zu gut ist was macht er hier siehst du das hast du das mitgekriegt ja blockiert er hat einfach nicht weitergemacht kurz vor ende einfach aufgehört aber ich hockte dann noch als wenn ich was mache ja so ganz einfach nicht mehr so ein kleiner wald naja es funktioniert mal wieder hervorragend heute alles ich will das nicht registriert was wenn man zu schnell ist auf die beide wieder durch oder drei oder warst du bist ein schönes glaube ich war ich zu gierig bei dem einen noch hätte ich gedacht dass wir noch kommen können schon durch jetzt gerade kommen und da bewusst gerade das durch weiß ich was ich weiß gerade macht ich kann es nicht mal sagen hat nicht alle getroffen auf keinen fall ab und gekommen ein goldner noch hier unter uns und kräfte und ich bin gehockt rechts ja ich mache den ich habe den pinken mini tank da hinten nicht auch hier ist einer direkt um die ecke rum alter wie das ist ja random spawnen ja diese rolle hat mich gebildet das war jetzt ja schon total wir haben hier gerade wieder ja genau die profis waren jeden fall die mpcs ich muss dann jetzt bei den muttern an das probieren das muss man aus auch ein mob dann ist es und sein ich war da rausgelaufen amal vorwarten fasziniert der typ ist ein Brot gibt die Woche dritte ich nicht funktionieren aber trotzdem drei die Leute durch was macht er denn hier noch einer emp Rucksack kaputt machen. Null. Ah, jetzt weiß ich wieso die Erlösung glaub ich in meiner eigenen Rolle. Meinst du? Ja. Was ist das? Ja. Mach dial in mach. Was ist das? 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 Was ist das?